Marktformen, Monopol, Oligopol und Bolipol. Eine Unterscheidung der Märkte kann anhand der Anzahl der Marktteilnehmer vorgenommen werden. In diesem Zusammenhang wird von den sogenannten Marktformen gesprochen. Hierzu zählen das Monopol, das Oligopol sowie das Bolipol. Beim Monopol kann eine Unterscheidung zwischen einem Angebots- und einem Nachfragemonopol vorgenommen werden. Das bedeutet, dass entweder nur ein Anbieter bzw. nur ein Nachfrager am Markt vorhanden sind. Das Oligopol stellt das Zwischenstück zwischen dem Monopol und dem Bolipol dar. Hier sind lediglich wenige Anbieter bzw. wenige Nachfrager am Markt vertreten. Und zu guter Letzt kennen wir noch das Bolipol und finden sich am Markt viele Anbieter bzw. viele Nachfrager. So wird von einem Bolipol gesprochen.